DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer O Dzie Der Tag A Segunda Feire Der Montag Na Segunda Feire Am Montag A Terza Feire Der Dienstag A Quarta Feire Der Mittwoch A Quinta Feire Der Donnerstag A Sexta Feire Der Freitag O Sábado Der Samstag O Domingo Der Sonntag A Semana A Semana Die Woche Nesta Semana Diese Woche Na Próxima Semana Nächste Woche O Fim O Fim De Semana Das Wochenende No Fim De Semana Am Wochenende Hoje Heute Heute Ontem Gestern Anteontem Vorgestern A Manha A Manha Morgen Depois De Amanha Übermorgen www.dw.com slash deutschtrainer